hallo leute willkommen zurück ich bin Simon Jan und One Piece Pirate 2 ist heute oder besser gesagt gestern angekommen und ja eigentlich hatte ich sogar schon vor heute zu streamen nur ich habe dann mit ein paar kumpels lol gezockt das hat halt fun gemacht und alles und ja habe ich deswegen nicht gemacht aber gut dafür werde ich dann jetzt auf jeden fall heute streamen und ja ich werde auf jeden fall die nacht durchmachen und ja falls ich dann halt noch Zuschauer habe oder welche die mit mir spielen wollen bzw ja wenn ich Zuschauer habe werde ich dann halt weiter streamen und wenn irgendwelche wenn irgendjemand von euch mit mir zocken will kann er das natürlich dann auch machen und ja also mal gucken vielleicht wird es auch in 24 stunden streamen je nachdem halt wie gesagt wenn ich Zuschauer weil warum sollte ich für niemanden streamen das wird ja wenig sinn ergeben dann würde ich einfach wahrscheinlich irgendwie in anderen stream gucken und pokémon zocken oder so keine ahnung ja also ich denke wenn dieses video oben ist wird der stream dann schon beginnen falls nicht werde ich dann in die beschreibung jetzt noch eine uhrzeit packen aber stellt euch darauf ein wenn dieses video oben ist wird dann wahrscheinlich der stream schon anfangen vielleicht auch erst fünf minuten später oder so damit alle das video gesehen haben keine ahnung auf jeden fall ja wie gesagt ich mache jetzt dann wahrscheinlich die das heißt wahrscheinlich macht die nacht durch und wenn ich Zuschauer werde ich weiter streamen das habe ich jetzt wahrscheinlich zum dritten mal gesagt und ja mehr wollte ich mir da gar nicht sagen und dann hoffe ich sehe ich zumindest ein paar von euch gleich im stream und ja dann würde ich mal sagen bis gleich